Fairtrade in den violet-grünen Rennfarben von Peter Gollmann mit Wladimir Panov, 48 zu 10 Chance, ist stattlar. Storm rückt ein. Und Boxen auf zum siebten Rennen, in der 2200 Meter Marke, gut geschlossene Kandidaten abgekommen. Sumar war mit gutem Start, auch Alberto Hawaii, Dream Speed, Schilladano in vorne mit raus. Dahinter haben sich die anderen vier einsortiert mit Manolito, Gun Bay, Innenanelke, Fairtrade und Storm an letzter Position. Vorne ist es nicht wahnsinnig schnell, Sumar war, will nicht unbedingt vorne gehen, sagt Josef Boiko, aber hat aber noch die Spitze durch die Innenseite. Außen kann es Dream Speed jetzt ganz gut und hat sich die Spitze sichern können. Renni Picholek auf Dream Speed vor Sumar war an der Innenseite, die beiden führen die anderen an mit Alberto Hawaii in dritter Position. So haben sie jetzt die Gegenseite erreicht. Hinter Alberto Hawaii sehen wir dann Schilladano an vierter Stelle galoppierend vor Manolito, kleine Lücke bis zu Gun Bay, vor Fairtrade und größer der Abstand, drei, vier Längen bis zu Storm an letzter Position. So sind die Pferde an der 1400 Meter Startstelle angekommen und Sumar war wieder die Spitze mit einer halben Länge jetzt. Sumar war führt vor Dream Speed. Eine Länge Abstand bis zu Alberto Hawaii, an dessen Groten galoppiert Schilladano, wiederum eine Länge bis zu Manolito. So, dahinter sehen wir Gun Bay vor Fairtrade und Zweilingen, jetzt nur noch bis zu Storm an letzter Stelle. Gleich nur noch ein Kilometer bis zum Zielpfosten. Vorne bleibt Sumar war, wird hier in Ruhe gelassen. Dream Speed bleibt auch in zweiter Position, außen daneben vor Alberto Hawaii. Jetzt schieben sie sich etwas dichter zusammen, die Kandidaten. Schilladano an vierter Position vor Manolito, vor Gun Bay, Fairtrade und Storm hinten. So verlassen die Pferde in diesem Augenblick die Gegenseite und biegen in den Dalwitzer Bogen ein. Sumar war, ist voraus, führt vor Dream Speed, dahinter Alberto Hawaii, der Favorit an der Innenseite, vor Schilladano, der Außenseiter. Dann Manolito vor Gun Bay, vor Fairtrade und Storm schafft es nicht so richtig, den Anschluss herzustellen. Hinten an letzter Position bleibt er. Die 500 Meter Marke ist jetzt in diesem Moment gleich passiert und Sumar war, ist voraus. Sumar war für Dream Speed, ist der Angreifer dahinter, Alberto Hawaii. Den buxiert Eddie Pedrosa jetzt auf Freibahn. Alberto Hawaii kommt ins Rollen mit Dream Speed und ganz innen bleibt Sumar war dran. Dahinter Gun Bay auf dem Weg nach vorne, Fairtrade ebenfalls mit Orientierung nach vorne. Aber Alberto Hawaii löst sich jetzt erstmal. Alberto Hawaii legt hier zwei, drei Längen zwischen sich und zwischen Gun Bay. Dahinter Fairtrade an dritter Position, dahinter dann Dream Speed. Der Angreifer auf Alberto Hawaii ist Gun Bay und Gun Bay zieht vorbei. Gun Bay für Alberto Hawaii, Gun Bay gewinnt hier am Handgalopp. Gun Bay gewinnt das siebte Rennen vor Alberto Hawaii. Dahinter Fairtrade dritter, vor Manolito, Dream Speed, Storm. Dahinter Sumar war und letzter Schilladano. Gun Bay gewinnt das siebte Rennen. Der vorläufige Sieger im Preis vom Mögelsee. Dritten wird Gun Bay von Eddie Harden. Auf dem zweiten Platz die Programm Nummer eins, Alberto Hawaii unter Eduardo Pedrosa. Und auf dem dritten Platz die Programm Nummer zwei, Fairtrade unter Wladimir Panoff. Die vorläufige Dreierwette zum siebten Rennen. Die sieben vor der Eins und der Zwei. ...orientierung nach vorne, aber Alberto Hawaii löst sich jetzt erstmal. Alberto Hawaii legt hier zwei, drei Längen zwischen sich und zwischen Gun Bay. Dahinter Fairtrade an dritter Position, dahinter dann Dream Speed. Der Angreifer auf Alberto Hawaii ist Gun Bay und Gun Bay zieht vorbei. Gun Bay für Alberto Hawaii. Gun Bay gewinnt hier am Handgalopp. Gun Bay gewinnt das siebte Rennen vor Alberto Hawaii. Dahinter Fairtrade dritter, vor Manolito, Dream Speed, Storm. Das hat man früher gemunkelt, hat er bis jetzt noch nicht gezeigt. Nach der Kastration, wie gesagt, der Neubeginn zuletzt schon einigermaßen dabei gewesen. Vielleicht heute der Siebte.